Weißt du, was wir jetzt auch noch machen können? Baum. Nen Cut. Kernkatapult. Cut, 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 cut. Was, haben wir schon wieder 50 Minuten? Ja. Ich packe den auch hierhin, so. Dann lass Jonas erst fertig sehen. Nee, das dauert schon lange. Hat Jonas versucht, über die Solarzelle drüber zu springen? Ich meine, das ist eine Feld oder so. Doch, also mein Cut steht noch davor. Ja, sag ich doch. Nee, ich hab das Feld gerade erst angefangen und ich muss jetzt nach Hause und auffüllen. Fuck. Mike, kannst du ja auch mal probieren, um die Solarzelle zu springen. In den Cut. Was, sowas mach ich nicht. Okay, ich stand gerade so halb unter der Solarzelle. Ja, genau, das ist ja auch passiert. Ich glaube, das ist da so nicht so richtig und so. Mike, von der Richtung, von der Seite wirst du es wohl kaum schaffen. Ja, ich weiß, aber ich wollte versuchen, unter der Solarzelle drunter durchzufahren. Vielleicht geht das ja, man weiß es ja nicht. Oh, Jonas hat gesagt, Alter. Mike hat's geschafft. Und wie er sich gedreht hat. Alter, habt ihr, ich hab heute Morgen Autoball-WM geguckt, ne? Tänne, geh weg. Jonas. Siehste, ich bin unter der... Oh mein Gott. Ich bin unter der Dingenskarte durchgefahren, unter der Solarzelle. Ich bin fast drüber gekommen. Das war's. Oh, Leute. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Mike, kick mal runter, Alter. Ich wollte es ja gerade versuchen. Du sagst, du kriegst das nicht hin. Ich kriege das hier andauernd hin, ey. Ich will das auch nochmal probieren. Warte, jetzt fahr ich nochmal drunter durch. Mike, Mike hat einfach ein Cheat. Warte kurz. Ah, nein. Ich hab keine gesteckt in diesem Betonflüster. Das ist nix so gut. Dann hab ich Autoball-WM geguckt. Heute Morgen die Wiederholung. Und Jonas, du bist ein bisschen weggeflogen. Ey, ihr seht euch nicht paaren. Doch. Und der hat so ein Tor gemacht. Ach du Scheiße. Und dann wollte er so durch die Gegend thriften. Und er fährt einfach. Er kommt nicht ganz rum. Sehr clever. Sehr clever. Ich weiß. Kommt nicht ganz rum und haut erst für sein eigenes Tor. Mach's kaputt. Na, das nochmal probier, dann ging's. Mike, kannst du mir mal helfen? Okay, lass ich so stehen. Interessant. Oh my God. I come to you. No, ich bin einfach mal durchgefahren durch die Solarfelle. Dopa! Prob. Hast du mich grade weggetreten René? Jaaa. Oh wie lief das? Nein, Heil, warum ist denn eine Säämaschine abgebrochen? Ich hab gebrochen und habe eine R Move hingehangen. Geick mir einfach doch kr open. Wenn die einfach abzugebrochen werden könnten. könnte und so. Dann hätten wir aber überhaupt nichts mehr. Das wäre ein bisschen kacke dann. Bald haben wir so, weiß ich, 30, 40 Maschinen, aber alles festgefahren. Ey, René, geh mal kurz da weg. Ich glaube, du stehst mir im Weg. Mike, ich will jetzt einparken. Also ich parke jetzt die Seemaschine ein. Ach nee, hier kann man wirklich nicht mitmachen. Scheiße. Vielleicht geht das nur zu einer bestimmten Uhrzeit, weil die dreht sich ja mit der Sonne, glaube ich. Ja. Oh leil. Oho. Alter, das ist bestimmt, das ist irgendwie richtig scheiße, dieses Quatsch. Das ist überhaupt nicht so geil, so die Kontrolle zu halten. Alter. Uiuiui. Jonas, du fährst gleich wieder fest. Lass es, lieber. Lass es. Jonas, kannst du mir doch mal kurz helfen. Wie denn? Ich komme gleich wieder. Was ist das? Wo haben wir eine Abschlepplange? Die liegt da irgendwo beim Auffüllen von der Seemaschine. Da ist sie hingeflogen. Boah, erstmal richtig schön geschissen, Alter. Ja, gut zu wissen, René. Ihr moxt mal wieder sowas von. Das war eine sehr schöne Information. Manchmal sind wir echt in dem Wohlhurt. Naja, manchmal auch immer. Lüge mich nicht an, die liegt hier vorne, du Lapper. Wir haben mehrere. Ich glaube, drei oder so sind es mittlerweile. Echt? Das war... Ich habe mich festgefahren. Ey, komm doch schon. Also, René hat mich festgefahren. Ernsthaft? Wie denn? Ich komme da nicht mehr runter. Ich glaube, ich habe die festgefahren. Ja, das war Maik mit dem Quad, aber egal. Ne, ne, ich habe eben gerade noch mal mit einem MB-Truck geschickt. Ach so, du hast das mit dem MB-Truck. Ja, das stimmt mein Name drüber. Ja, ich habe nur geguckt, ich habe nur geguckt, René Hülsch und so. Ich habe gedacht, dass wäre René. Siehst du? Das ist auch voll gehalten, ey. Ganz... Dein Hauptsache, das Quad funktioniert noch richtig. Dann ist alles Paladin. Hallo. So, Jonas, habe ich noch mal an der Kette. Warte, 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 warte. 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 Oh, Mann, warum ist denn ein Stein? Okay, warum lieber in die Richtung? Mann, warum komme ich nicht mehr unter dieser... Was zum Teufel macht ihr das? Das sieht dich gesund aus. Mach doch mal kurz... Oh, hier, 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 da ist ein Baum. Ah, nee, Anna, Richtung. Jonas, nicht weigern. Bring dir eh nix. Wuhu. Oh, Leute. Juck den Unimog gar nicht. Oh, schade, ich dachte, ich fliege hier. Loll. Nein. Jetzt gerade will ich keine Missingabe. Scheiße. Das schmeckt... Huuu. Ja, nee, das klappt so nicht, würde ich sagen. Äh, ich hab mich da irgendwie, äh, festgebrochen. Nein, Spaß. Das klappt schon so. WTF. Nein. Wirklich? Was, du, so Teufel macht ihr da? Mike, brauche mal deine Hilfe. Ja, warte, kurz. Komm, komm, hast mich mit dem Karte angerammelt. Ähm, irgendwie... Irgendwie hast du uns nicht weitergeholfen. Ne. Doch, doch, ich schiebe euch jetzt da rein. Ich fäng mich mal ab. Machen wir das eigentlich kaputt. Oh, 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 oh. Okay, ich mach hier kein Really. Ich fahr einfach auf einem Rad weiter. Los, Jonas, zieh, Junge, zieh. Oh, geil. Oh, der Gott. Oh, der Gott. Die Chance muss ich jetzt nutzen. Ah, geht doch. Ah. Warte, ich komm noch rückwärts raus. Keine Angst. Ja, 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 ja. Okay. Ah, nee, geht doch. Da muss ich noch mal lenken und wenden und so. Gimschön, dann mach doch mal ein bisschen schneller hier, mähne, fressen. Was bist du denn eigentlich, du, euch? Du weißt schon, dass das denn Oni-Morg-Reichlich wenig juckt. Ich bin tiefer gelegt. Würde ich jetzt mal so. Das hat doch geklappt, was hast du denn? Willst du mich verarschen? Eigentlich nicht so. Ja, Jonas, denkst du noch ein bisschen fest. Also ich muss schon sagen, ich finde das Quad irgendwie geil. Irgendwie kommen wir da zu zweit nicht raus. Und zu dritt schon gar nicht. Also ich bin draußen. Ja. Ich versuche jetzt noch ein paar Stunts zu machen. Zum Beispiel sowas. Okay. Das war kein Stunt, Leute. Auf einmal fliegt der gegen den Baum. Hauptsache, du machst die Eier nicht, Blatt. Ah, jetzt klappt's. Nein. Ich fahr mir die Eier nicht ab. Ich hab ne Angst. Jonas, exakt Lenke. Ja, wenn du mich da so komisch ziehst. Boah. Scheiße. An der Stelle hab ich mich eben gerade schon mal festgekriegt. Hallo, ich bin. Hallo, ich bin. Oh, schön. Komm, wir kicken erst mal die da hoch. Nein. Scheiße. Warte, ich rette dich. Also ich probiere es. Wo liegt jetzt die Sehmaschine hier? Die muss stehen. Jo, Jonas. Läuft. Ja, Mike, Hilfe. Danke. Jo, passt schon. Ich kack mir gleich ins Händen. Wir sollten auch fallen. Nein. Das hat perfekt funktioniert. Und jetzt nochmal. Oh. Oh, fuck, alter. Mike, ich will hier noch wieder Läden rauskommen. Wie geht es nicht. Ui, ui. Tada. Aber es war Spaß, Alter. Es war fast draußen, ne? Und der schiebt noch mal nach. Ja, der drückt immer noch nach. Wenn es draußen ist. Das heißt doch auch immer hier. Du musst jetzt tapfer sein. Einmal pressen, bitte. Einmal drücken. Drücken. Wie kommst du am schnellsten nach Dresden? Dresden rin, Dresden rum, Dresden russ. Okay. Jonas, komm nochmal. Ja, wenn du mich da so... Jonas, ich muss dir einfach Nasebeuteln. Ii, das ist ja eklig. Ii, ich stehe auf der... Ich hab gerade auf der Abschleppschale. Ja, ich hab's gesehen. Und wie ich... Ich hab' ihn. Jawohl. Perfekt. Oh, scheiße, jetzt steh' ich hier und drunter. Nein, kann mir jemand helfen. Nein, grad nicht. Tut mir leid, ich glaube, wir sollten wirklich aufhören. Ach so, kann ich dich jetzt hier so mit Schwung rüberziehen, hatte. Das probier' ich auch. Also hier der MP-Tag ist irgendwie ganz cool. Du hängst da irgendwie ein bisschen fett. Nein, warum kann ich das denn jetzt nicht mehr rumdrehen? Warte, mit Schwung. Drei, zwei, eins und Feuer! Geht doch. Wo ist Mike? Hier drüben. Ach da. Ah, jetzt kommt er wieder. Ja, jetzt passt es wieder. Gut. Quatsch, 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 quatsch. Nein, aua. Hilfe. Hilfe. Dankeschön. Ja. Große MP-Tag und Kleine MP-Tag. Was kommt da bloß raus? Hallo. Mit einer MP-Tag. Jo. Oh Gott. Wow, what the fuck. Alter, das Gott ist extrem verbackt und so. Ach wie viel? Nein, nicht schon wieder. Wir könnten theoretisch noch 100 Minuten aufnehmen. Könnten wir machen, aber nee. Jo, oh fuck. Achtung, Feuerband. Nein. Ich lasse den noch kurz nicht stehen. Was? Ich hab's nicht gesehen, was noch mal. Die Kamera hat zu. Warte, ich muss erst mal meinen Quatsch. Warte kurz, ich komme. Bleib so stehen. Macht nix. Oh nein, das ist noch gar nicht. Warum ist mein Quatsch? Wir sind drecks viel ins Auge geflogen, Alter. Wo bleib ich der? Wo bleib ich der? Ich muss schon. Ja, ich versuche gerade, mein Quatsch wieder hinzustellen. Das Quatsch ist kaputt. Komm erst mal her. Ja, das geht nicht. Mein Quatsch. Hallo, Quatsch. Stell ich wieder hin. Ey, du Stück. Hallo? Ach, komm schon. Ah, okay, so könnte es funktionieren. Ja, so hat es funktioniert. Gut. Einmal über das Quad drüberfahren und dann funktioniert es wieder. Perfekt. So, Wally, jetzt komme ich zu euch. Mach schnell, ich will die Aufnahme beenden, ich kriege sonst Pippi in die Augen. Da liegt auch noch ein Abschleppstand, können wir Mike noch sagen. Oh, okay. Ich dachte jetzt schon, ich hätte mich wieder überschlagen. Ich dachte nicht. Oh, mein Gott. Ich dachte, du hättest uns gesehen. Okay, wieso macht ihr sowas? Hui, oh, scheiße. Scheiße. Das ist doch ein bisschen hartnäckiger als gedacht. Scheiße, ich habe Jonas abgekuppelt, aber ich hänge jetzt hier fest. Scheiße. Ja, der ist doch los. Jonas abgekuppelt. Oh nein, Jonas. Okay, ich würde sagen, so können wir jetzt hier nochmal stehen bleiben. Das müssen wir dann halt das nächste Mal wieder auflösen und alle Trecker wieder einsammeln und so. Ja. Aber dann können wir hier mal die Aufnahme beenden, weil wir nehmen schon wieder irgendwie 15 Minuten zu viel auf und so. Okay. Ja. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. In diesem Abmeld. Am Blick. Voila.